was geht ab was geht ab meine freude zum neuen video von mir auf dem neuen channel von mir und meinem bruder smn gaming so s wie sebastian m wie manuel sind n wie nizza so starten wir mal das erste let's play story location wird einer meiner ersten let's play sein von volta ich hoffe es läuft gut dottige android copyright rechte wollen mich ha 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 la la pulz zu zü zu zü zu hier ist es weg von bam 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 du 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 abababa papa balala schreibt die freundin auf whatsapp muss checken ab gar keine whatsapp bericht scheiße egal und reiner es gibt es kein morgen ich hab durchfall ich hab durchfall aber ich muss oder ich will aus dem ich konnte nicht machen ich kann das nicht hochladen mit dem die die der normales defensivspiel das nennt man fußball ist nur sauer weil ich dich getunelt hab schon wieder du tust so als wäre ein ist auch ein Tor weil er ständig Streit sucht selbes Team wir sind zum spielen da spiel Leute Leute wer ist das bitte hast du dich verlaufen für eine neue Willkommen bei J10 Ravi ist spät dran weiß ich Ravi oder was soo ich hoffe wirklich kann ich das Video hochladen weil sonst konsentmäßig gerecht ist komm bam ey yo ey das ist uuuh zack Bruder das ist ein Teutel Digge Bruder muss los und rein da ins Eck hohohoho hohoho Digge Jungs fällt mir alles aus hab ich gesagt das ist jetzt eine neue Let's Play Reihe von mir Samira Samira lädt weiter nach dem Video seine Sachen hoch oder Redentions hoffe es kommt gut an bei euch whatsapp mach ich zweikampf hallo jawoll bei mir jetzt hier Bruder mach ihn rein schmeiß ihn raus den hund aller Kann man das Ding nicht treffen Direkt aussortieren Ey Naulich war besser Ey, wenn du den Ball erwartest von mir Dann musst du auch den Ball Erwidern Aber das heißt Wenn du den Ball willst Musst du zum Ball laufen Wieder Bruder hier Ja, wow Der geht rein, ne Ja, wow Big T Und wenn der drinnen wäre, würde ich tot Todes wollen Bruder Der Typ bei Cojones Ich weiß nicht, ob ich das rausschneiden muss Den Anfang Wo die Musik war Den Copyright recht auf Jawoll Wie gesagt Entweder muss ich den Anfang rausschneiden Am Anfang beim Spielen Oder ihr seht es jetzt, wie ich das so sage Wie ich es rausschneiden werde Und es nicht tue Wahrscheinlich Peter Jebsen Geiler ist das schon nachherin Jawoll 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 Bruder Acht Fünferwerte Wann fehlen da zwei Tore, Digga Er ist nie Schiebung referee Was ist los? Was ist los? Voltarena ist das Team! Hoffentlich wird die Story spannend. Ich habe es jetzt nur einmal reingeschaut auf YouTube, was Story zu bieten hat. Aber ich finde es witzig, dass sie auf Englisch labern, obwohl das eigentlich schön ist auf Deutsch bei mir. Siehst du jetzt Englisch und Deutsch? Hey, yo! Hey, Digga, ganz ehrlich, was hält der Typ nicht von mir, Alter? Oh! Lauf! Borsche, Borsche! Ey, wenn der drinnen wär, ich würd richtig ausrassen. Beim B. Also B war ich den Namen von der Mannschaft. B. Hä? Verlängerung oder alles? Dann gehen wir mal. PURO EYE! Yo! Er hat es gewonnen, oder? Okay, goh, 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 goh. Oh, 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 oh. Ja, wow, Spiel auf Twitter, gar kein Problem, Bruder. Yo. Hä? Eine Ecke, Digga? Ja, macht doch voll Sinn. Gibt es überhaupt jetzt ein Ergebnis? Ich werde erschießen. Scheiß die Wand dann. Das kann ich gar nicht. Oh, geil, Digga. Geht rechts mit Ansage. Okay. Mit L1. Scheiße. Erstes Malte, gleich Elfmeter, links. Ja, die freut sich wie Bobama, Digga. Ja, Digga. Getroffen, Digga. Super Kack jetzt. Jawoll. So, Ling Ling. Sit. Rein mit dem Ball. Der geht rein. Der geht rein. Da geht's wieder rechts. Irgendwann verloren. Ja, jetzt soll man sagen dazu, ne? Also gut, das war's. Gute Session. Aber da fehlt leider noch einiges. Sechs Monate. Mehr haben wir nicht mehr, um uns für die WM zu qualifizieren. Komm schon, Jay. Wer ist besser als wir? PSG? Genau so denkt jedes andere Straßenteam, mit dem ich je gespielt hab. Man muss sich den Respekt hier verdienen. Reden könnt ihr. Aber eine Einladung nach Buenos Aires haben wir nicht. Die ist unterwegs, Mann. So ist es, Big T. Okay. Wo willst du hin? Oh, äh, ich wollte dem Neuzugang was zeigen, aber das solltet ihr alle sehen. Jetzt. So ist es, okay. Ja, da ist ein Typ, also. Wauhooo Josenio Warum nicht allein? Breastler Raidmaster F-Fan Girls Das ist Lass mich raten, die spinnen gegen die. Okay, die sind echt gut. Ja, und dieses Niveau müssen wir haben. Diese Rentner mache ich im Halbschlaf platt. Nicht in den Dingern, Mann. Retro ist cool, aber in denen brichst du dir das Bein. Für meine Füße sind die perfekt. Dude, die sind perfekt kaputt. Dies. In den Schuhen tunnele ich jeden von euch. Hey, Peter. Pete! Du hast krasse Skills, deshalb bist du hier, aber das ist kein Eins gegen Eins, Mann. Diese Legenden, die sind schon seit Jahren an der Spitze. Die spielen wie ein Team. Hör zu. Tricks und Skills sind nutzlos, wenn man mit ihnen kein Spiel gewinnt. Wer hier berühmt werden will, der muss gewinnen. Ganz einfach. Also lasst uns in dem Lokalturnier gleich damit anfangen. Okay? Dann los. Das checkt mal einer. Würde für die Grundlagen von Walter Fußball lernen. Dann... Dann los. Dann los. Dann los. Dann los.